Ja, Angriffsschlag war eigentlich auch das Stichwort für die Tennisbälle, oder? Ja, mit den Tennisbällen arbeiten wir bei unseren Anfängern ganz oft, damit man die Armführung hinbekommt. Also man hat es ja doch oft, dass bei den kleinen Mädchen, wenn sie dann anfangen mit dem Angriffsschlag, der linke Arm nicht nachgezogen wird zum Angreifen. Und da sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, mit Tennisbällen zu arbeiten. Wir sehen das in der Praxis, wie diese Tennisbälle da tatsächlich sind. Das ist koordinativ nicht einfach, mit zwei Bällen zu agieren, oder? Das ist ganz, ganz schwierig, ja. Und da werden sie lange dran üben. Und wenn es dann klappt, ist natürlich die Freude groß eigentlich, oder? Ja, die ist sehr groß, ja. Gut, schön nach oben. Ja, schön, Gritta. Ja, schön. Gut, so schön nach oben. Untertitelung des ZDF, 2020